Wir haben Einsatzziel bravo noch qualifiziert. Nope. Geil. Hast du gesehen bei dir sehen, die Typen fangen an zu schießen und kriegen den Kill. Ja, aber ich hab den... Ich hab für den Zähnchen mitgekriegt. Ja. Das war mal wieder richtig sinnvoll. Das hab ich Kalb auch gemacht. Ich lauf grad an den Rand. Ich lauf grad an den Rand. Ich hab ihn gleich. Ja, wir denken den Rüder. Und raus. Mach dich ein bisschen drüber, Blum. Da kommt noch einer, kommt noch einer. Wo? Ich geh grad runter. Nope. Der Jet-Empel. Alter, der Jet-Empel. Look at Randy Orton slithering. Watch out, watch out, watch out. John, sieh! Hatsch! 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 Sind die weggebrochen? Ja. Nein! Hatsch! Hatsch! Ich hab den Scherl gerade ausgedruckt. Er muss sich nicht was für sich. Einsatzziel Charlie wurde neutralisiert. Was? Hatsch! Komm sofort wieder her! Lauf, aufsteig unter Wand!